Rob Colt ist Privatdetektiv. Die blonden Haare passen mir einfach besser. Manchmal kommt er ganz schön ins Schwitzen. Wo bleibt mein Getränk? Jasmine Dune ist seine Partnerin. Das ist doch schrecklich. Sie will immer hoch hinaus. Warum tun wir jetzt nicht einfach? Barkeeper Ian mixt die coolsten Drinks. Hatte ich bereits erwähnt, dass ich früher sehr berühmt war. Zusammen sind sie ein heißes Team in einer tropisch heißen Online Serie. Sie sind schuld und dafür sterben sie. Paradise Island. Im Paradies ist die Hölle los.